Hallo, mein Name ist Britta Steffen und ich war 25 Jahre lang Leistungssportlerin. Ich finde soziales Engagement von Jugendlichen wirklich super. Bist du sozial engagiert und zwischen 12 und 25 Jahre alt, dann bewirb dich doch für den South-DQ ActNow Jugend Award 2015. Solltest du mehr dazu erfahren wollen, dann besuch die Website actnow-award.de ActNow, wir sehen uns! Wenn du sozial engagiert bist, dann bewirb dich jetzt unter www.actnow-award.de